Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts Episode Nummer 28. Sprechen wir heute über die Zeit, denn Zeit ist etwas so Spannendes, weil es eigentlich so etwas Tatsächliches ist, so etwas Objektives, so etwas Spürbares, Wahrnehmbares und gleichzeitig aber auch so etwas Reales. Und trotzdem ist es auf einer ganz anderen Ebene auch und ganz unmissverständlich etwas, womit wir selbst spielen können, indem wir es selbst interpretieren. Ein ganz einfaches Beispiel, mit dem jeder etwas anfangen kann, ist das Alter. Wenn ich 50 oder 60 Jahre alt bin, dann kann ich mich sehr jung fühlen. Ich kann mich aber auch schon steinalt fühlen und das hängt von ganz vielen Gegebenheiten ab. Es ist aber in meinem Leben faktisch schon sehr viel Zeit vergangen. Also Zeit ist etwas, was man interpretieren muss. Ob 10 Sekunden für einen Menschen viel oder wenig sind, das hängt von dem Menschen und seiner Wahrnehmung ab. Und nicht zuletzt muss man auch immer einen Bezug zur Zeit haben, immer einen Kontext hinter jeder zeitlichen Maßgabe, die es gibt. Denn 10 Sekunden sind für jemanden, der noch eine Stunde zu leben hat, unfassbar viel Zeit und für jemanden, der noch 40 oder 50 Jahre zu leben hat, extrem wenig Zeit. Wenn man es ins Verhältnis setzen wollte. Warum sollte man das wollen? Naja, weil Zeit etwas ist, womit wir nicht nur unsere Lebenszeit beispielsweise messen, sondern auch Zeiten am Berg. Und das ist etwas, womit ich jetzt noch gar nicht zu Beginn so einsteigen möchte. Denn ich finde, wir sollten zuerst ein gesellschaftliches Bild von Zeit beschreiben und entwickeln. Damit wir dann wissen, warum sich das im Bergsport irgendwie in gewisser Weise fügt. Und warum Bergsport im Prinzip auch nichts anderes ist als ein gesellschaftliches Abbild. Was übrigens Bergsport gegenüber ganz vielen anderen Sportarten und Disziplinen voraus hat. Denn der Bergsport ist etwas, der alle Gesellschaftsschichten begleiten kann. Es ist nicht Golf, was nur Reiche spielen können. Es ist auch nicht Curling, was nur Leute spielen, die vielleicht sonst keine Beschäftigung haben. Es ist auch nicht Schach, dass nur extrem intelligente Menschen auf einer professionellen Ebene spielen würden. Es ist auch nicht wie Laufen, was nur Leute machen, die entweder sich fit halten wollen oder abnehmen wollen oder irgendwelche Zeiten tracken wollen in einer athletischen Hinsicht. Also Bergsport, das verbindet viele Leute mit vielen verschiedenen Interessen und vielen verschiedenen Ansätzen. Und ja, in der Begründung, warum sie den Bergsport betreiben, da unterscheiden sich die Menschen ebenfalls sehr. Das heißt, wir haben es hier mit einer spannenden Sportart zu tun. Wir haben es hier mit einer spannenden Leidenschaft zu tun, weil wir eben verschiedene Gesellschaftsschichten in den gleichen Rahmenbedingungen sehen und erleben können und damit auch ganz verschiedene Umgangsweisen mit dem Thema Zeit. Und Zeit ist nicht nur relativ, sondern es ist in erster Linie etwas, womit wir uns unser ganzes Leben lang beschäftigen. Habe ich noch genug Zeit, um vor meinem nächsten Termin was zu essen? Habe ich noch genug Zeit, um das oder jenes zu erledigen? Wie viel Zeit habe ich noch, bis ich wieder aufstehen muss? Und wie viel Zeit habe ich noch, bis ich losfahren muss? All das beinhaltet immer irgendwie Zeit. Das heißt, das ist etwas, was uns unser ganzes Leben lang begleitet. Und am Berg, da gibt es diese Fraktion oder diese Idee, dass uns das am Berg eben nicht begleitet. Dass wir am Berg eben diese Ruhe und diesen Abstand zum Thema Zeit gewinnen können. Das Interessante ist aber, dass Bergsport so nicht funktioniert. Bergsport ist eben durch die Tatsache, dass er gesellschaftlich viele Schichten und viele Menschen, viele Charaktere einbinden kann, eben auch nicht losgelöst von gesellschaftlichen Zwängen. Und das macht den Bergsport zu einem Strohmann. Denn tatsächlich wird Bergsport als das verkauft, als etwas, was nicht gesellschaftlich ist, was nicht so massentauglich ist, was einem Entspannung, Entschleunigung bieten soll. Aber in Wirklichkeit nehmen wir in den Bergsport, aufgrund der eben genannten Gründe, den gesellschaftlichen Hintergrund jeder einzelnen Person mit. Das heißt, der Bergsport beeinflusst uns und wir beeinflussen unsere Leidenschaft gleichermaßen. Und wenn wir ein gestresster Workaholic sind und wir gehen in die Berge, dann werden wir in den Bergen eben nicht einfach so die Entschleunigung finden, wenn wir uns nicht bewusst dafür entscheiden und einsetzen. Denn am Ende des Tages bleiben wir in unserem Charakter der gestresste Workaholic. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass jemand, der sehr tiefenentspannt und mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben geht und vielleicht sehr sorglos ist und sich nicht viele Gedanken über morgen macht, im Bergsport wahrscheinlich auch nicht so viel Stress finden wird. Denn seine Grundeinstellung in seinem Leben gibt ihm auch nicht diese Grundvoraussetzungen, um gestresst in den Bergen unterwegs zu sein. Und das ist der Beweis dafür, dass Gesellschaft und Berg ganz eng miteinander verknüpft sind. Und das unterscheidet aber eben, weil es keine Disziplin in diesem Sinne ist, die messbar gemacht wird und bei den Olympischen Spielen gefunden werden kann etc. Das unterscheidet den Bergsport ganz maßgeblich von Fußball beispielsweise, wo es vollkommen egal ist, was für ein Charakter hinter einem Menschen steckt. Er spielt nach den Regeln des Fußballs und spielt einfach gut oder schlecht und spielt mit seinen Teamkameraden zusammen. Denn wäre er ein sturköpfiger Einzelgänger, könnte er ohnehin nicht im Team mitspielen und vielleicht ist er trotzdem ein sturköpfiger Einzelgänger, aber im Team kann er sich das eben dann nicht erlauben. Insofern, wir haben so große Abstände zwischen der Realität und einer Sportart. Und das ist im Bergsport eben nicht so. Und das ist wichtig zu wissen, wenn wir beim Bergsport über das Thema Zeit sprechen möchten. Und ich spreche gerade die ganze Zeit ganz bewusst vom Bergsport und nicht dem Bergsteigen. Denn wir versuchen in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr im Bergsport messbar zu machen. Das Bergsteigen alleine, das messbar zu machen, das ist schwierig. Und auch hier wird es immer wieder versucht. Aber gerade das Bergsteigen, der Bergsport im Sinne von Trailrunning, Klettern und so weiter findet in der Gesellschaft immer mehr wettbewerbsmäßigen Platz. Und das möchte ich ganz neutral formulieren und gar nicht als Wertung betrachten. Jeder darf für sich selber interpretieren, ob er das gut oder schlecht findet, dass Bergsport à la Trailrunning oder Klettern nun wettbewerbsmäßig oder sogar bei Olympia stattfindet. Oder ob das jetzt ein großes Versäumnis unserer Gesellschaft ist, dass wir den Bergsport nicht ohne Wettbewerb auskommen lassen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und vielleicht werde ich später nochmal meine Meinung dazu kundtun. Aber in erster Linie geht es mal hier nur um eine Analyse. Die Analyse, die gibt letztlich her, dass Zeit etwas ist, was uns wichtig wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch. Denn wir wollen wissen, ob wir schneller sind als das letzte Mal. Wir wollen wissen, ob wir schneller sind als jemand anders. Wir wollen auch wissen, ob wir es in einer gewissen Zeit schaffen können. Wir Menschen, wir sind sehr geneigt dazu, uns zu ganzen Zahlen hingezogen zu fühlen. Wir finden es schön, wenn wir ganz Zahlen unterbieten können. Wenn wir irgendwo unter einer Stunde oben sind. Wenn wir irgendwo unter zwei Stunden oben sind. Das gibt ein ganz automatisch, das kann auch niemand beeinflussen, ein gutes Gefühl her. Und in diesem Sinne ist es natürlich unglaublich interessant, wenn man sich überlegt, dass wir ja eigentlich auch versuchen könnten, ganz zeitlos durch die Berge zu gehen. Ich für meinen Teil kann zum Beispiel sagen, dass ich für Trainingszwecke gerne Trailrunning betreibe. Und hier bin ich jemand, der datensüchtig ist. Ich bin ein Datensammler. Ich versuche, Auswertungen zu machen, wo ich es nur kann. Und versuche, diese so präzise wie möglich zu interpretieren. Um daraus Schlüsse für mein Training zu ziehen. Das ist die eine Seite. Aber wenn ich mit meiner Freundin auf Bergtouren bin, oder mit anderen Leuten auf Bergtouren bin, wo das Erlebnis und das Abenteuer im Mittelpunkt steht, dann habe ich nicht mal eine Uhr mit. Dann weiß ich nicht, wie spät es ist. Außer ich suche dann im Rucksack mal nach meinem Handy und schaue nach. Oder frage meine Partnerin oder meinen Partner. Das ist etwas ganz was anderes. Da klaffen zwei große Welten auseinander. Und Zeit ist aber etwas, was uns irgendwie im Bergsport auch mit Stress in Verbindung gebracht werden kann. Weil Stress, das kommt immer wieder am Berg vor. Gerade auf den beliebteren Bergen. Gerade auf den Bergen, wo wirklich viel Betrieb ist. Wo es viel Infrastruktur gibt. Ich denke da zum Beispiel an die Zugspitze. Wenn man sich überlegt, wie viel Stress am Normalweg oder so eben über das Höllental entstehen kann. Am Klettersteig beispielsweise. Wenn da Stau ist. Und wenn man vielleicht langsam ist und hinter einem schnellere Leute nachkommt. Dann entsteht Stress. Und dann wird der Faktor Zeit plötzlich wieder wichtig. Denn ich muss schneller sein, um den Typen hinter mir loszuwerden, der mir die ganze Zeit auf die Nerven geht. Ich muss auch seine Perspektive irgendwo, also vielleicht nicht akut in dieser Situation, aber jetzt aus einer analytischen Perspektive heraus, muss ich natürlich seine Perspektive auch nachvollziehen können. Denn ihm geht es offensichtlich deutlich eher um Zeit. Ihm geht es darum, seine eigene Zeit zu schlagen. So schnell wie möglich oben zu sein. Und damit macht es fast den Eindruck, als würden wir mit dem Bergsport das Überwinden eines notwendigen Übels in Verbindung bringen. Denn wenn ich so schnell wie möglich etwas hinter mir haben möchte, dann spreche ich in der Regel von einer Krankheit oder von einer schlimmen Phase in meinem Leben oder einer Wartezeit beim Arzt, aber definitiv nicht vom Bergsport. Jedoch wird dieses Gefühl vermittelt, wenn man gestresste Leute in den Bergen sieht. Und wenn wir jetzt so drüber nachdenken, dann macht das irgendwo auch Sinn, dass man sagen kann, dass wir gesellschaftliche Zwänge, aber auch gesellschaftliche, selbst auferlegte Hürden immer wieder mit auch in die Berge nehmen. Denn jemand, der gestresst ist, der nimmt eben den Stress, den er eigentlich in einem Wartezimmer oder als Kranker im Bett hätte, einfach mit auf den Berg oder auch in der Arbeit. Insofern ist Zeit etwas ganz, ganz Spannendes. Und sie wird auch nur im Bergsport oder vor allem im Bergsport sehr stark mit den eigenen Rahmenbedingungen geschmückt. Denn in allen anderen Sportarten, da nehmen wir die Zeit nicht so dringlich wahr und wir müssen uns keine eigenen zeitlichen Rahmenbedingungen abstecken. Beim Fußball ist das Spiel nach 90 oder 120 Minuten vorbei. Und auch ein Footballspiel hat eben nur vier Viertel. Und das Ganze, das zieht sich weiter. Beim Schach haben wir eine Uhr, die uns sagt, wie viel Zeit wir noch haben. Also das Ganze ist so aufgebaut. Sport an sich ist so aufgebaut, dass wir auch zeitliche Rahmenbedingungen haben. Und plötzlich kriegen wir den Bergsport auferlegt oder den Bergsport als Möglichkeit der Erholung, aber eben auch des Sports. Und plötzlich sagt uns aber niemand mehr, wie lange wir dafür Zeit haben. Das ist etwas, wo wir sagen können, wir als Bergsteiger, naja, das ist etwas, damit brauchen wir uns nicht auseinandersetzen. Das ist ein vollkommen irrelevantes, langweiliges Thema, weil wir sind ja in unseren Wahrnehmungen gefestigt. Wir können uns ja selber Zeit nehmen. Wir haben viel Erfahrung. Wir wissen, worauf es ankommt. Dabei geht es aber eigentlich viel mehr darum, das wahrzunehmen, was wir eben nicht ständig praktizieren. Und das ist gleichzeitig auch ein wenig ein Appell und ein Vorschlag an alle und auch an mich selber in gewisser Weise. Wer immer nur nach der Zeit geht und immer schauen will, wie schnell er auf einem Berg war oder wie lange er gebraucht hat, der wird sich immer irgendwo gestresst, gejagt, aber irgendwo auch getrieben fühlen. Und dementsprechend wäre es natürlich mal einen Versuch wert, die Uhr gänzlich zu Hause zu lassen und einfach loszulassen und irgendwo zu sagen, ich gehe jetzt eine Bergtour und solange ich brauche, naja, solange brauche ich eben, ist doch egal, ist doch vollkommen zweitrangig. Das ist ein drastisches Kontrastprogramm zu der eigentlichen, ja, zu dem eigentlichen Tun, das wir sonst an den Tag legen, aber es geht selbstverständlich auch in die andere Richtung. Wenn ich jemand bin, der ständig ohne Zeit und ohne Stress und ohne Druck unterwegs ist, dann ist es definitiv mal wichtig, auch in eine ganz neue Rolle zu schlüpfen und vielleicht eine Bergtour, die man schon ein paar Mal gemacht hat und dementsprechend vielleicht mehr den Wert einer Trainingstour oder einer Vorbereitungstour, dass man diese Tour einfach mal unter Zeitdruck macht, aber nicht im Sinne von so schnell will ich oben sein oder so lange darf ich maximal brauchen, sondern indem ich mir selber meine Strecke tracke und schaue, wie lange ich brauche und selber spüre, wie plötzlich ein Druck entsteht, den ich mir selbst mache, obwohl ich ihn mir vielleicht gar nicht machen will, obwohl mein Bewusstsein sagt, dass ich mir alle Zeit der Welt nehmen will und kann, weil ich nur durch die Tatsache, dass ich eben tracke, ja keinen Zeitstress erzeuge. Es ist ja nicht wie beim Fußball, nach 90 Minuten pfeift ja niemand ab und trotzdem ist es aber irgendwie ein Gefühl des Drucks. Trotzdem ist es ein Gefühl der Getriebenheit und genau das ist das Interessante, woran ich erkenne, dass ich manchmal definitiv in Schienen unterwegs bin, mich in Schienen bewege, entweder in der einen Schiene, dass ich sehr losgelöst von allen Zwängen, Gedanken und zeitlichen Normen unterwegs bin, auf der anderen Seite die Schiene, dass ich durchaus getrieben von meinen eigenen Bestzeiten, von den Ideen, wie lange es dauern könnte, von den Tafeln, auf denen steht, wie lange ich brauchen sollte und so weiter getrieben werde. Insofern, es gibt diese zwei Schienen und es ist gut, wenn man sich auf einer bewegt, aber es ist spannend und das, da sage ich nicht, dass das jeder machen muss, aber es ist spannend, solche Experimente mit sich selbst einmal zu machen, denn sie erhöhen die eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung für das, was einem selber sehr wichtig ist, enorm und ich glaube, es wird oft unterschätzt, wie sehr das eigentlich der Fall sein kann, dass man dann plötzlich merkt, eigentlich hat vielleicht dieses Tracking auch manchmal ganz spannende Vorteile. Es ist ein interessanter Einblick auch in den eigenen Charakter, wie sehr bin ich eigentlich dahinter, dass ich ehrgeizig bin, wie sehr möchte ich eigentlich schnell sein, wie sehr möchte ich eigentlich mich gegen andere Leute beweisen und so weiter. Und als spannendes Beispiel dazu, wie extrem das Ganze werden kann und warum es manchmal eben gut ist, dieses Kontrastprogramm einzubauen, um eben einen Kontrast, um eben aus dieser eigenen Blase rausgezogen zu werden, aus dieser eigenen Wahrnehmung mal rausgezogen zu werden. Wie extrem das werden kann, das kann ich an einem sehr direkten Beispiel festmachen. In meiner Physiotherapie bin ich mittlerweile so weit, dass ich wieder erste Testtouren gehen kann. Dazu kommt jetzt in der kommenden Woche am Donnerstag auch ein Video bei Training für die Berge, in dem ich euch mitnehme auf meine erste Bergtour. In diesem Video, das erscheint erst, da habe ich über eine Sache und über ein Erlebnis überhaupt nicht gesprochen und das ist ganz bewusst so, weil ich dem an dieser Stelle keinen Platz widmen wollte, weil es dafür keinen Platz hatte. Hier in dieser Podcast-Episode hat es definitiv einen Platz. Gestern war ich eben unterwegs und gestern hatte ich meine Trainingsstrecke vor mir, die ich eben früher immer genutzt habe, um steile Aufstiege zu meistern und zu schauen, wie lange brauche ich eigentlich für welche Höhenmeter. Das hatte auch immer den Vorteil, dass ich eine Bahn für die Abfahrt hatte. Das heißt, ich konnte mich komplett auspowern bis aufs Letzte und dann mit der Bahn eben runterfahren und ob man das jetzt gut, sinnvoll, sinnlos, wie auch immer findet, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Das ist eine beliebte Strecke, der Innsbrucker Seilbahnsteig, für Leute, die, ja, ihr Ego polieren müssen, wo sie es nur können. Und das weiß ich, das wusste ich auch schon von früher, da gehen die meisten Leute entweder rauf, um sich selber etwas zu beweisen, dass sie diese extrem steile Etappe schaffen können, denn es geht darum, 1000 Höhenmeter auf dreieinhalb Kilometer zu überwinden, das ist schon brutal, brutal steil und viele Leute machen das einfach nur, um ihre eigenen Zeiten zu schlagen, um die Zeiten von anderen zu schlagen, um auf Strava irgendwelche Zeiten einzustellen und so weiter. Es geht um Charakter, es geht um den eigenen Charakter, der da plötzlich ins Arbeiten kommt und den Körper, den physischen Aspekt dafür nutzt, den eigenen Charakter zufriedenzustellen. Und was für unglaubliche Charaktere da teilweise unterwegs sind, das musste ich auch gestern wieder feststellen. Als ich unterwegs war, habe ich hin und wieder auch mal gefilmt und ich war definitiv nicht so schnell, wie ich in meinen besten Zeiten war. Das war aber für mich auch gar nicht der Ansporn, diese Strecke zu gehen. Der Ansporn für mich war, dass ich sehen wollte, wie lange, also wie viel habe ich im Vergleich zu meinen Bestzeiten eigentlich verloren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel man in anderthalb Monaten, die ich jetzt mich gar nicht bewegen konnte, eigentlich an Substanz, an Ausdauer, an Kraft verliert. Es war für mich quasi wie ein Experiment. Das letzte Mal, als ich mich bewegt habe, stand ich auf Skier, auf einer Skitour und dementsprechend war es aber cool, einen exakten Vergleichswert zu haben. Und da ich diese Strecke früher oft gerannt bin oder gegangen bin, konnte ich da dann eben exakte Vergleiche anstellen. Das Ergebnis war, dass ich deutlich schlechter war, aber darauf will ich jetzt noch gar nicht so hinaus, sondern spannend war, dass mich immer wieder mal Leute überholt haben. Und einer von denen, der auch sehr professionell und schnell ausgesehen hat, der hat mich belächelt und hat zu mir gesagt, warum ich denn mit so professioneller Ausrüstung, also ich hatte so einen Laufrucksack und so Stöcke eben, um mich hochzudrücken, weil ich eben versuchen wollte, so schnell wie möglich zu sein, warum ich mir dann so professionelle Ausrüstung zulege. Ich bin doch eigentlich nur ein Hampelmann und nicht mal schnell. Ich mache hier einen auf Profi-Trail-Runner. Und ich habe das gar nicht kommentiert, er ging ganz schnell an mir vorbei und hat mich ausgelacht quasi. Aber ich fand dieses Erlebnis so spannend, denn es hat mir, und ich habe mich ja schon ein paar Tage zuvor mit dem Thema Zeit auseinandergesetzt, um eben mich auch irgendwo auf diese Podcast-Episode einzustimmen. Und dann ist mir dieses Erlebnis gestern passiert und das hat aber auch irgendwie so einen direkten Einfluss jetzt auf dieses Thema gehabt. Denn das Spannende war, mein erster Gedanke, ich habe nichts gesagt, aber mein erster Gedanke war, du bist erstens mal charakterlich gesehen ein Wicht. Du bist ein Nichts. Du hast nichts in deinem Leben, was dir Halt gibt, außer die Selbsterhöhung gegenüber anderen Menschen. Und du kennst die Hintergründe von anderen Menschen nicht, aber das Einzige, was dir im Leben ein gutes Gefühl geben kann, ist es, andere Leute runterzudrücken, um dich selbst höher zu positionieren. Mein erster Gedanke dazu war dann, das stimmt übrigens nicht, immer wenn wir andere Leute runterdrücken, nehmen wir uns selber mit. Wir können uns nie selbst erhöhen durch das Niederdrücken, anderer Leute, das funktioniert nicht. Und wir nehmen uns immer selber mit. Und das heißt, wir fühlen uns danach immer genauso beschissen, wie die Person, die wir gerade dazu gebracht haben, sich beschissen zu fühlen. Das heißt, es hat nicht mal im Selbstnutzen, im Eigennutzen, irgendeinen positiven Effekt. Aber das war nur die eine Sache. Später habe ich mir da mehr Gedanken drüber gemacht und habe mir dann gedacht, für diesen Menschen ist der Faktor Zeit so wichtig, dass er sogar versuchen muss, die Zeit anderer Leute zu relativieren, nur um sich selber und seine eigenen Werte besser zu stellen. Dieser Mensch könnte wahrscheinlich, und das sind eben ganz viele Leute, auch auf dieser Strecke, natürlich auch auf ganz vielen anderen Strecken, aber auf dieser auch eben, dieser Mensch könnte wahrscheinlich vier Sekunden Zeitunterschied zwischen einem Konkurrenten und sich selber so groß aufblasen, dass man das Gefühl hat, dass der vier Sekunden langsamer war, eine Ewigkeit langsamer war und er viel, viel schlechter war als die Person, die sich dieses Urteil hier gerade versucht zu bilden. Insgesamt eine extrem traurige Bestätigung meines Bilds, das ich von Leuten habe, die gerne das Trailrunning betreiben. Ich bin selber einer und ich weiß, dass in dieser Community viel Konkurrenzkampf besteht und vor allen Dingen viel dieser Gedanke, kann ich schneller sein als der, kann ich langsamer sein als der. Deswegen funktionieren übrigens beim Trailrunning Trainingsgruppen viel, viel schlechter als zum Beispiel beim Laufen und da funktionieren sie teilweise schon nicht. Aber das ist etwas, das kommt vielleicht auch so ein bisschen aus der Natur der Sache, weil man plötzlich als Bergsportler, der nie jemanden hatte, mit dem er sich vergleichen konnte, plötzlich jemanden hat, in einer Trainingsgruppe beispielsweise oder auch am Weg, wenn einem jemand begegnet, mit dem man sich vergleichen kann. Und es ist auch immer ganz spannend, weil man merkt, dass Bergsteiger, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht sie kommen, egal ob sie seit 20 Jahren Bergsteigen oder seit zwei Monaten, man kann an vielen Menschen beobachten, wie sie jemand vor ihnen oder hinter ihnen antreibt. Und ich finde das sehr, sehr spannend, denn ich frage mich dann immer, ob wir so stark vergleichende Wesen sind, dass wir immer diesen Vergleich brauchen. Bin ich besser als der? Bin ich schlechter als der? Und wenn wir zum Beispiel mal den Blick vom Bergsport hin zum Klettern lenken, da sieht man das auch ganz stark. Also wenn ich in der Kletterhalle trainieren bin, dann sehe ich zum Beispiel, dass ganz viele Leute schauen, wie stark ist jetzt eigentlich der? Wie sieht der aus? Sehe ich aus wie der? Warum kann ich das nicht? Oder ich bin viel besser als der? Und so weiter. Man versucht sich immer irgendwo in einer Gruppe einzupegeln und ich finde das persönlich extrem unsympathisch, weil ich der Meinung bin, wir Menschen sind das wert, was wir sind und nicht, was wir im großen Bild der Gesellschaft darstellen. Und ich glaube aber, dass das wichtig ist, dass wir vor allen Dingen versuchen, dass jeder selber das als Wahrheit interpretiert, also ich bin, ich tue mir immer schwer, etwas als die Wahrheit zu verkaufen, aber ich glaube, es ist ungesund, sagen wir es so, ich glaube, es ist ungesund, wenn wir anfangen, uns immer nur dadurch zu bewerten, indem wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Und diese Vergleiche und gerade, gerade diese Vergleiche, sind mit Zeit eben extrem, extrem leicht zu machen. Und deshalb finde ich den Faktor Zeit am Berg auch fast immer irgendwie gefährlich. Denn wer in Eile ist, weil er schneller sein möchte als jemand anders, der wird vielleicht mehr Fehler machen, der wird vielleicht mehr riskieren. Wer lieber schwerer klettern können will als jemand anders, der wird vielleicht sich in dumme Situationen begeben, in die er sich vielleicht nicht begeben sollte. Das ist alles, das hängt alles direkt oder indirekt miteinander zusammen. Und deswegen glaube ich, dass Zeit ein Faktor ist, der oft unterschätzt wird. Und trotzdem glaube ich aber, dass man gerne Ausflüge machen könnte in die Welt der Zeit, in die Welt der nicht vorhandenen Zeit, auf der einen Seite als Bergsportler, aber auch in die Welt der notwendigen zeitlichen Beschränkungen, indem man sagt, ich gehe eine Tour, bei der ich mir wirklich vornehme, auf die Uhr zu schauen und zu schauen, wie lange brauche ich. Um nur zu spüren, was macht das eigentlich mit mir als Mensch, wenn ich plötzlich in meinen eigenen Parametern die Dinge verändere. Denn Zeit ist eine Variable, mit der können wir spielen. Wir können uns eine Vorgabe machen und werden dadurch gestresst oder wir können uns komplett links liegen lassen. Und in Wirklichkeit sind auch die Leute, die immer behaupten, dass sie nie auf die Zeit schauen, in Wirklichkeit sind diese Leute auch von der Zeit manchmal mehr und manchmal weniger getrieben. Denn die Zeit, die gibt uns auch Tag und Nacht indirekt vor und dementsprechend müssen wir uns in diesem zeitlichen Rahmen am Berg natürlich bewegen. Wenn wir zum Beispiel Tagestouren gehen wollen und uns sicher bewegen wollen, dann muss man auf die Zeit schauen, denn jeder weiß, abends um 8 wird es schon dunkel und dann sollte man am besten auf einer Hütte oder schon wieder unten im Tal sein. Also auch hier spielt Zeit eine Rolle. Und wenn jemand um 3 Uhr morgens aufsteht und losstartet, weil er unbedingt den Sonnenaufgang beobachten möchte oder weil er unbedingt der Erste am Gipfel sein möchte, auch dann spielt Zeit eine Rolle und wir geben uns plötzlich zeitliche Vorgaben. Wer also behauptet, dass er immer vollkommen frei von Zeit, frei von Stress, frei von selbst auferlegten temporären Nöten leben und in den Bergen sich bewegen kann, der macht sich definitiv selbst etwas vor. Also ganz ohne diese zeitlichen Parameter kommen wir ohnehin nicht aus am Berg und das ist auch in gewisser Weise gut für unsere eigene Sicherheit. Die Frage ist nur, wann wird Zeit eigentlich zu einem Druckmittel für uns selbst, aber auch für andere? Denn wenn mich jemand am Berg auslacht, weil ich ihm nicht schnell genug bin oder weil er das Bild von mir hat, dass ich eigentlich viel schneller sein müsste, dann drücken wir, dann verlagern wir diesen Zeitdruck auf andere Leute und schädigen damit die Gesellschaft am Berg natürlich auch sehr stark. Und gerade auf Modebergen kann man sehr stark beobachten, wie Zeit als Faktor immer, immer mehr Druck auslöst auf die Gesellschaft als Ganzes, auf die Gesellschaft vor Ort natürlich nur. Denn die Leute wollen schnell oben sein, es ist jemand vor ihnen, der ist langsamer, sie können nicht überholen, das erzeugt Druck für den vor einem, das erzeugt Frustration für den hinter einem. Also da entstehen so viele, auch so viele soziale Dynamiken, was alles nur damit zusammenhängt, dass jemand es einfach nicht erwarten kann. Und dieses Erwarten, das ist verbunden mit der sozialen Fähigkeit, mit dieser charakterlichen Eigenschaft, Geduld haben können. Und das Geduld haben können wiederum hängt ganz direkt mit dem Faktor Zeit zusammen, so wie wir Zeit wahrnehmen. Und da kann ich jetzt sozusagen den Bogen spannen und wieder zum Anfang zurückkommen. Es ist eben eine Wahrnehmungssache, wie wir Zeit wahrnehmen. Ein sehr geduldiger Mensch empfindet zehn Sekunden als eine Zeit, die mit einem Augenblinzeln an einem vorbeizieht. Ein sehr ungeduldiger Mensch, für den sind zehn Sekunden sein halbes Leben. Und ihr werdet sicher, wie es sowohl von der einen Sorte als auch von der anderen Sorte sehr viele Menschen kennen. Ein Bild, das ich aber aus der Gesellschaft mittlerweile habe und das sich über die Jahre so zusammen gepuzzelt hat, ist einfach, dass wir immer weniger Zeit haben und auch immer weniger Geduld. Immer mehr geht es darum, etwas in einer Zeit zu schaffen. Immer mehr geht es darum, auf die Uhr zu schauen und zu schauen, wie lange habe ich eigentlich gebraucht und das immer auch direkt zu bewerten. Und ich nehme mich da eben nicht selber aus, denn ich habe gestern genau das getan. Also gestern ist es in dem Fall an einem anderen Tag gewesen, als ihr das hört. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich habe genau das getan. Ich wollte wissen, wie hat sich meine Zeit gegenüber meiner Vergangenheit verändert. Und dabei ist es übrigens vollkommen irrelevant, aus was für einem Kontext heraus ich diese Zeit gemessen habe. Ob ich nun wissen wollte, ob ich anderthalb Monate lang nichts tun aushalte oder eben nicht, wie sich mein Körper verändert. Der Grund dafür ist vollkommen egal. Es ist ein selbst auferlegter Druck, mit dem wir versuchen zu messen, was sich verändert hat, positiv oder negativ, und es sofort direkt danach bewerten. Das merke ich auch an mir selber. Ich kann mir noch so viel Mühe geben, diese Situation dann nicht zu bewerten. Ich bewerte sie auf jeden Fall. Also ich stehe dann oben und denke mir, 10 Minuten, 11 Minuten, 12 Minuten schneller, wäre vielleicht besser gewesen. Oder ich bin so weit weg von meiner Rekordzeit, von meiner persönlichen Rekordzeit und so weiter. Das sind alles Bewertungen, die wir vornehmen. Und in diesem Sinne muss ich sagen, Zeit ist so viel wert. Und das will ich ganz wertfrei jetzt hier mal stehen lassen, indem ich sage, es hat einen objektiven Wert. Jeder interpretiert etwas in Zeit hinein. Und zu behaupten, dass Zeit für einen selber egal ist, so wie ich es oft von den Leuten höre, also mir ist die Zeit am Berg egal, das stimmt so nie ganz. Und wenn man so tief in sich geht und ehrlich ist, dann merkt man auch, dass man gerne schnell sein möchte. Und oftmals ist das ja auch wichtig, für einen aus einem Sicherheitsaspekt heraus, ist es wichtig, schnell zu sein. Man will schnell durch eine Steinschlagzone, man will schnell vom Gletscher wieder herunten sein, damit er nicht zu weich wird, der Schnee und so weiter. Da steckt so viel Wahrheit drinnen. Aber auf der anderen Seite sind es teilweise auch so viele Strohmänner, so viele fadenscheinige Argumente, nur um den eigenen, selbst auferlegten Druck irgendwie zu rechtfertigen. Also ich glaube, ganz ohne Uhr und ganz ohne Zeit und ganz ohne Gedanken daran schaffen es heute nur noch die wenigsten in die Berge. Und ich kann nicht beurteilen, ob du es für dich schaffst oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen, das möchte ich auch gar nicht beurteilen. Das wirst du für dich selber wissen können. Aber ich finde es wichtig, darüber nachzudenken. Und dieser Podcast, der hat heute keinen großen Appell am Ende des Tages stehen, vielleicht noch am ehesten, dass man das mal ausprobieren sollte, mit diesen Parametern zu spielen, zu sagen, ich lasse die Uhr jetzt auf jeden Fall mal weg, ausnahmsweise, oder ich nehme die Uhr jetzt mal mit. Ich schaue tatsächlich mal auf die Uhr, ich will wissen, wie lange ich brauche und so weiter. Und zu experimentieren und zu schauen, was das mit einem persönlich in der Wahrnehmung macht. Nicht, weil es wichtig ist, nicht, weil es notwendig ist und nicht, weil man es immer so machen sollte, immer anders machen sollte, sondern nur, um zu sehen, wie der eigene Kopf am Ende des Tages auf Veränderungen der Parameter, der Startparameter in der eigenen Leidenschaft reagieren könnte. Man kann es einfach als ein Experiment, als eine spannende Idee, als einen Versuch betrachten und zu schauen, was passiert. Und dann vielleicht darüber nachzudenken, wie sich der Faktor Zeit am Ende des Tages eigentlich wirklich auf das eigene Leben auswirkt. Oder auswirken kann. Denn es muss nicht sein, dass Zeit einem immer hinterherläuft. Oder es muss auch nicht sein, dass man selber der Zeit immer hinterherläuft. Es kann auch manchmal sein, dass man den Moment für sich ganz ohne Wahrnehmung, wie lange man hier schon steht oder sitzt, erleben kann. Und das ist definitiv heute eine Seltenheit geworden. Und warum das so ist, das hat relativ wenig mit Bergsport zu tun, sondern das hat wahrscheinlich mehr mit Gesellschaft zu tun. Mit der Gesellschaft als Ganzes, mit unserer Zivilgesellschaft, mit unserem Alltag. Aber das ist dann wahrscheinlich vielleicht nicht Thema für einen Alpcast, sondern wahrscheinlich eher Thema für eine große gesellschaftliche Debatte. In diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet vielleicht etwas aus der heutigen Episode mitnehmen. Ich freue mich wie immer über einen Diskurs. Ich freue mich immer über Kommentare und auch Mails an kontakt.alpenacademy.at zu eurer Meinung. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt eine wunderschöne Woche vor euch habt. Genießt das Wetter draußen, seid fleißig in den Bergen, bis zum nächsten Mal. Bergheil!